so hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge wir sind wieder in game und ja ich hab nun gut zwei Wochen nicht mehr aufgenommen also ja wir fahren mit dem Ford GT ich hab keine Ahnung was wir gerade gemacht haben 23.000 das ist nicht viel bis zum nächsten muss Wonted Renders könnten wir in diese Folge schaffen ja 2 muss Wonted Wagen übernommen sehr gut Ford GT Ford GT oh what the fuck Sicht umstellen also der 2. das ist echt schäbig also das mit dem 2. warte mein Mikro was mit dem 2. finde ich doch relativ scheiße denn ich finde es müsste schon mehr als 2. sichten hier sein weil zum Beispiel bei driver san francisco haben man die Sicht aus dem car aus dem car ja aus dem auto das sieht man wie am Lenkrad sitzt und das finde ich echt geil also so wie ich mir in einem Need for Speed gern fahren ich weiß nicht ob das er dann Copyright wäre wenn die das nachmachen aber ich würde in einem Need for Speed echt gern so fahren fahren wir das mal chain rail chain irgendwas auf schwer ich sehe schon wie ich ablosen würde weiter halte ihre karosserie kurzes getriebe naja ja wieder die enskel liegt groß radiativ versorgt okay what the fuck er hat sie mir nach strahlen aus was hat das mit dem rennen zu tun glaube ich eher relativ wenig aber wir fahren juhu also so die holen wir uns so alter ich sehe nichts hat er sich im Weg noch immer rechts wie scheiße dass das so blendet kann man das nicht umstellen das ist so grausam das sieht man absolut nicht aber absolut auch abkürzung absolut gar nichts okay das ist echt eine gute abkürzung wir haben dadurch ein überholt und mein Kontrollpunkt verfehlt ich hoffe das stört mal kein wo kommen wir jetzt hin weil wir haben ja wirklich mein Kontrollpunkt verfehlt ja vor dem Kontrollpunkt ich kann das ganze nochmal neu starten ich glaube trotzdem dass ich es nicht schaffen werde jetzt halte ich das aus so ein Rennen zu machen ich schaffe das sowieso nicht egal versuch es ist wert ja danke hab schon gesehen interesting lass mich fahren alter what the fuck what the fuck nochmal what the fuck auch 2 so ich will das nicht driften ich will den ganzen den ganzen Geschwindigkeiten ich will die ganze Geschwindigkeit aus der Kurve mitnehmen so nicht dort anfangen wo ich vorher angefangen bin das war ein dummer Fehler hier war das und den ersten haben wir den zweiten haben wir auch geschluckt jetzt hätten wir die Abkürzung gefallen können verdammt mit Nitro raus beschleunigen von außen und den haben wir auch und gleich wenn auch nicht anfangen nicht anfangen und den nächsten weg mit der scheiße selbst gecrashed das war ein Massencrash so wartet ich muss leider auf Pause drücken ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da